ihr seid da schon? ach so, na klar, gleich mit einem Moment zu treffen haude, 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 ja da hab ich haude in den armen, haude mal nur in den armen, haude mal nur in den armen, nur mal einen daumen heute, herzlich willkommen, das muss bis zum ende ausgereizt werden, aber wenn ich jetzt meine Haftmine dabei hätte, hätte ich hier wieder eine Haftmine herangebappt, hier an die Wand dachte ich mir, bestimmt diese scheiß Abwehrgeschütze dahinten er hat den Trupp verlassen auf jeden Fall, wir müssen den Trupp wechseln, ja machen wir dann der mit dem Boost, der Bastard, Boost Bastard, Boost Bastard hat den Trupp verlassen schön, dass der liegen geblieben ist, bis zum Ende durch, wo lang, erstmal hier runter, naja komm ich lege mich mal hier vorsichtig hin, geh nicht vor meine nehmen wir hier schon den Punkt ein, ne, oh das haben wir schon die Schütze dahinten kommt nun auf dem Panzer oder oben am Fenster, da oben ja, was sehen wir von uns, glaube ich ah, stimmt, jetzt hab ich da schon eine Granate geworfen, na gut, scheiße oh ne, ich wollte ich nicht markieren, tut mir leid, kann ich was hier rausnehmen naja, man kann doch hier die Toten jetzt markieren, wenn man die wiederbeleben will, jetzt halt die markiert aber man kann die nicht entmarkieren ach so, naja, dann hab ihr halt Pech gehabt, ganz einfach Na ja, ich hab ihn mir jetzt geholt dann Jute, Alter Jute aber die Töne ist halt noch, okay doch den hab ich schon ich hab jetzt immer korrigiere zwei Dö, schön wo wären wir denn hin? In der Kürze liegt die Würze. Keine Ahnung. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Oh, da hinten. Jawoll, endlich mal wieder einen getötet. Ich hab auch drei, korrigiere drei. Oh, jetzt wurde er wiederbelebt. Mann, hör doch auf. Und jetzt bei E hier. Bei E? Mhm. Bei E? Boah. Äh, wiederbelebt. Warte mal, hier kann ich wiederbeleben. Da hinten kriegt Einer. Oh, Panzerabhänger. Oh, raus. Ich hab dich gleich geheilt. Komm mal kurz mit drin hier. Warte mal ein bisschen. Ich glaube, da drüben könnten noch welche sein. Nee, doch nicht. Von der Seite hier mal, Robi. Attacken. Ja, ich würde gerne mal raus, wenn der mich hier rauslassen würde. Oh, da kommen sie alle. Ich komme. Oh, hier rechts. Äh, links. Von links, ja. Ja, ja, ja. Oh, wie viel kommen denn da? Alter. Aber gut, das zeigt Präsenz, Leute. Oh, da sind mindestens sechs oder sieben Leute da gewesen, Alter. Oh. Oh, Scharfschüsse. Und Munition. Oh ja, da ist schon der erste gestorben. Genau. Wunderbar. Nein, genau, wenn ich die Granate reinnehme, du Bastard. Wo liegst du denn? Achso, du bist hier vorne. Ich bin noch hier vorne. Wir sind hier alleine für uns, ja. Wir sind hier alleine für uns, ja. Jetzt kam von links noch Ina. Scheiße. Aber haben wir nicht schlecht gemacht. Ja, der andere, der andere wurde gleich, nachdem ich ihn wiederbelebt habe, mit der Schrotflinte von dem anderen getötet. Den hatte ich dann zu spät gesehen. Äh, ich habe den wirklich nicht kommen sehen. Aber ich sehe ja, war trotzdem Mute. Danke. Oh, was? Hier links, äh, in dem Tunnel. Hast du den Ende? Ja, hab ihn, hab ihn. Ja. Ich gehe mal hier weiter durch, danke. Da, ein Sniper Bastard. Ah, Jut, Jut. Hey, kick hier, ja. Oh, warte mal hier. Hier krieg ich den, ja. Ich bin hier an der Flagge. Ich guck quasi zu F. Guck du mal, andere Seite, hier sind wir aber nicht alleine, also hier sind genug von uns auf jeden Fall da. Nein, ich komme nicht zu dir, tut mir leid. Okay. Äh, zu mir brauchst du nicht. Nee, nee. Aber hier kommen sie schon wieder. Da, aber da hinten liegen schon wieder so viele, äh, Totenköppel rum. Ja. Ja. Da kommen sie, von Richtung F. Ja. Bei E aber. Seht, da liegt einer. Mann. Seht nämlich nicht. Kann ich da durchgucken. Nee, das kann ich auch nicht. Aber der wurde mir irgendwie angezeigt, markiert. Aber das ward. Das ward. Ja. Erstmal. Passt du dich nicht gerade an? Sag mal, als du da rüber gelaufen musst. Nee, nee. Ich bin perfekt. Da kommt den aus der Gasse. Vorbeigelatscht, ja. Vorbeigelatscht. Ja. Da liegen. Weiter zu F. Ja. Ich weiß schon, ob es gibt, da steht ein... Oh, okay. Steht da ein Fahrzeug, oder was ist das? Äh, kleiner Panzer, na toll. Ja. Kommt zu dir, warte ich nicht zu schnell. Aber der ist schon am Arsch. Okay. Hier ist so ein Panzer von uns, alles gut. Da kommt Einer. Der ist hoffentlich tot. Gut. Hast du auch schon einen? Ja. Ich penetriere. Ich uriniere. Ja. Ist auch schön da, markieren. Naja. Ja. Mach mal hier noch. Der Club ist noch besser, wenn du der Truppanführer bist. Wieso warst du ein Truppanführer schon wieder vorher, oder? Nee, keine Ahnung mehr zu sein. Also wahrscheinlich nicht. Ich hab kein Befehl an die V. Oh, tot. Scheiße. Warte mal, ich kann nicht wiederbeleben. Da sind es auf jeden Fall hinter der Mauer. Ein paar Leute. Hinter der Mauer. Ja. Du liegst draußen. Das ist natürlich scheiße. Ja. Aber da sind viele von uns. Hä? Du bist schon weg? Ich hab nicht gedrückt. Nee. Oh, sehr geil. Gut. Komm mal, komm mal weg da, Robich. Komm mal weg. Okay. Oh, du hast geschossen. Versuch mal, möglichst ins Haus zu rein. Ja. Oh, scheiße. Sonst sieht der Tee ganz böse aus. Boah, der wollte in der Unterzahl hier. Auf jeden Mal. Ja, wir sollten vielleicht auch hier erstmal abhauen und uns um die innerstädtischen Flaggen kümmern. Sonst halten wir uns hier zu lange auf. Wir werden woanders gebraucht. F ist austauschbar. F brauchen wir nicht. Nee, F ist nicht so wichtig. Oh, cool, dass jemand über meine Mine gefahren. Hätte ich mal zwei ausgelegt. Scheiße. Ich hab nämlich nur eh ne. Noch was hätte ich getötet. Ja. Aber leider nicht Fahrzeug zerstört. Also zwei legen auch immer mindestens aus. Ja. Wollte halt eigentlich noch daneben welche auslegen. Also bisschen weiter weg. Habe ich dann vergessen. Und wieder. Clever. Wo gehen wir denn jetzt hin, denke ich? Ja, und zwar. Ich fahr mit Kameraden. Ja, und zwar. Ich fahr mit Kameraden. Mann. Ja, wenn jetzt einer kommt hinter dir. Dann knall ich den ab. Dann knall ich den einfach ab. Aber wie kommst du A und A wird es gerade fertig. Ja, jetzt schaff' du. Ja, rechts geht schneller lang. Mach wieder was. Nee, jetzt schaffen wir nicht mehr. Natürlich schaff' aber jetzt nicht mehr. Hier ist der Zug. Ja. Da liegt aber jetzt erstmal nicht einsteig. Achso, ist ja der Zug. Naja, das ist ja auch nicht unser. Dann will ich erst rechts nicht einsteigen. Natürlich. Deswegen wird mal ein enorm toll. Na denn hin da. Oh, den hat man zu uns anbieten hier. Danke für den Anschub. Nee. Ja, danke. Wollte ich jetzt. Danke für den Hinweis. Ja, du jederzeit. Wir sind hier eben Team, ne? Ja, deswegen ja. Oh, hier unten. Da kommt ein Panzer auch auf jeden Fall. Oh, schön. Oh, da drüben sind es ja alle meine Güter. Vielleicht geh mal hier oben jetzt raus. Bei D, ja. Ich auch. Komm bestimmt gleich hier hoch. Ich glatt mal nach. Vorsichtshalber. Glatt mal nach. Hup. 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 Und hup. Und hup. Und hup. Und hup. Wow, was soll das denn? Wo sind sie denn hier? Kann man hier nicht durchschießen? Sag mal. Mörser oder was? Was ist damit los? Bist du hier auch noch in dem Haus? Nee. Nee. Nee, du bist ja schon wieder ernst woanders. Ach du Scheiße, jetzt bin ich hier alleine. Na super. Du, David, ey. Jetzt hab ich aber auch schlecht gezielt. Meine Frau. In welchem Haus bist du denn? Nein. Jetzt bin ich in Jakim. Bist der Erdmann 87. Jawoll, zwei hintereinander mal. Oh. Vielleicht komm zu dir. Boah, was ist denn hier los? Boah. Stirb doch. Boah, Gott. Gute Augen. Du hast mich mitgegen. Aber da war da nicht noch einer? Nee, nee, war nur einer. Der andere war von uns. Ah, okay. Ja, da war er ein bisschen irritiert. Ja, zurecht. Boah. 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 Wer knallt denn hier alle ab gerade? In dem Haus da unten. Boah, was? Tot. Du hast gerade ihn da unten lang gelaufen. Danke. Okay. 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 Wo ist denn der scheiß Zug eigentlich, alter? Wir haben ja alle Punkte eingenommen. Mann. Mann, wo denn? Wo ist denn der? Oh, David. Ich ziel aber auch viel von... Oh, Hula, ey. Viola. Viola, ey. Boah. Wiederbelebung Sanitäter. Ja, los. Komm, komm. Erstmal dich, komm. Ja, ich will da nicht. Ja, ich will da nicht. Ich will da nicht. Jetzt aber mal. Jawoll. Mann, jetzt belebt mich einer mal wieder hier, endlich. Ja, na klar, mich belebt keiner wieder. Ey, warte, ey. Jetzt kam nicht gerade. Ey, voll zum Kotzen. Krass. Da waren noch ein paar... Oh. Panzerzug. Ja. Gut. Ich hab aber auch wirklich schlecht gezielt gerade. Oh, schon der Panzerzug. Oh, weg hier. Jawoll. Meine Wunden müssen versorgt werden. Von den Trümmern erschlagen. Wer? Wo denn? Wer knallt mich denn jetzt? Der hat mich von dem gerettet. Oh. Oh, danke. Sehr gut. Ich hab mich nur gewundert. Wo der herkommt. Der kam hinter dir rumgerannt. Boah, da ist die... Wo? Wer hat dich denn? Ja, der da gerade. Der ist aber tot. Mr. Erdmann ist tot. Oh ja, okay. 87. Na ja, zumindest ein ähnliches Alter. Schon mal gut. Chapeau. Monsieur Erdmann. Wenn es stimmt da. Wehen mal davon aus. Sind ja nicht alle Menschen... Jetzt haben wir ja fast unser Alter verraten. Toll. Acht drauf geschissen. Also fast ja. Könnte ja noch jetzt... Unser genau nicht. Nee, nee, nee. 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 Übrigens sind wir von 43 auf 45 hoch. Abomäßig, wa? Ja, haben wir zwei. Das ist die 50, ne? Ja, ja. Zwei Ups mehr. Ups, ja. Das ist der neuer trendy Ausdruck. Ups. Nächste Woche vielleicht. Hier, nächste Woche 50 Likes. Sonst gibt's keine Videos mehr. Also. Er erzählte drum. Also gibt's nächste Woche keine Videos mehr. Haha. Könnte passieren, ja. Na gut. Boah. Geh hier rein. Was ist denn hier los, hier draußen? Das ist der Panzerzug. Nee. Du bist wo? Ich bin bei B. Nee, diese fetten Bomben meine ich. Das ist der Panzerzug, glaube ich. Wir haben das Einsatzziel werfen. Sorry. Da bist du. Komm ich mal zu dir mit. Und dann mal zu A runter. Rude. Schön. Oh, und ich renne auch noch mit rein, ey. So was dummes, ey. Krass. Da vorne. Na rennt da. Da drüben, na rennt da. Aber da war noch einer. Aber da war noch einer. Wo ist der da hinten? Dann noch einer. Wo ist der letzte? Da in dem scheiß Haus drinnen. Die sind alle weg. Also zumindest nur noch von A. Okay. Aber warte mal. Jetzt war wieder in der Dark Horse. Jetzt hab ich auch einen. Ja, den hab ich. Ja, dann warte ich jetzt. Oh, Fifa update der Teil. Ach, der installiert. Ich kann mit manchen Waffen echt besser auf der Hüfte schießen, als anzuvisieren, ne? Oh, shit. Wow, den einer ist gleich weggetrümmert. Okay, weg hier. Bloß weg hier. Die Trimmerleiche. Na ja, ich bin auch weg. Mit manchen Waffen kann man besser zielen. Aus der Hüfte, ja. Also ich bin jetzt mit ganz vielen so, ja, so. Gerade hier so die Sweeper oder so. Also klar, je nachdem. Auf Entfernung natürlich ranvisieren, aber so nah mach ich immer nur aus der Hüfte. Kann ich besser auf den Kopf ziehen, auf jeden Fall. Wieso hab ich denn keine Granaten mehr? Haben auch keine Granaten mehr, läuft. Aber der Panzerzug ist auch bald im Arsch. Warte mal. Mann, du mach den doch fertig da, dem Bastard. Wo sind die denn hier alle? Och, Mann, bin ich blind schon wieder. Waren die noch in dem Panzer da drin, die Nutten? Die Nuttenkinder. Ist ja gleich vorbei hier. Ja, die hatten meine Zähne. Oh, was? Die hatten wir aber wirklich. Und das ist so ja noch leicht untertrieben wahrscheinlich. Also so ne eindeutige Runde. Also hohe Wert haben die sich nicht. Hatten wir noch nie, glaub ich. Oh Gott, wann kannst du den Zug? Ich werfe ne Granate! Vorsicht jetzt! Ich werfe ne Granate! Scheiße, genau daneben gerufen, ey. Leg das da aus! Oh, der Panzerzug ist weg. Ja, schön. Ich stand genau neben den Granaten. Ey, neben meinen Dings Minen, die ich genau auf die Schienen gelegt habe. Deswegen bist du Druffy, Jan? Naja. Aber verstehe nicht, der hat eigentlich, naja gut, hat irgendjemand anders ihm den Rest zu geben. Sinai, oder hier? Das sieht so aus wie Sinai, ja. 1, 2, 3, 4, 5, voll die geile Punktzahl. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Ja, nicht schlecht. Royal Flush, oder? Royal Flush, ja. Naja, oder ja. Ja, oder ja. Oh, ja. Highlights. Huh! Das ist ja auch schon lange her. Ja, Mann. Geil. Was denn das jetzt da unten links? Neue Statistik, oder was? Wo? Bei persönlich. 15, 2 hast du. Nicht schlecht. 13, 4, naja. Kann ich mit leben, ja. Ganz gut aus. Oh ja, stimmt. Neue Statistik. Ach, da stehen endlich mal die Klassen, die man hat. Oh, ich bin ja schon Sturmsoldat Level 50. Cool. Ja, läuft. Ach, geil. Wie sieht's bei mir aus? Killverlust 7,5. Nicht schlecht, die Rate. Jawoll. Ach, sieste Versorger bin ich auch schon bei 50. Voll geil. Uh, 15, 2, aber 3, 4 ist doch auch gut. Oh. Schöner 3, noch was Verlustrate. Ja, schöne Runde. War ne YouTube Einstiegsrunde, ja. Schiss? Schiss! Schiss!